Ach ja, ich habe sowohl dieses Fenster hier, als auch dieses Fenster hier offen gemacht, so wie letzte Nacht auch. Extra damit für den Fall, falls Tiere kommen, weil ich habe draußen kein Urin gemacht, weil ich nicht musste. Und deswegen, weil ich keine Reviermarkierung gemacht habe, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass noch mehr Tiere vielleicht vorbeikommen. Ja, ich weiß nicht, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist.